hallo leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen video von gustav colibri willkommen zu einer weiteren runde badwars ich muss gerne noch schauen ob ich 8x1 oder 8x2 oder 4x1 oder 4x2 oder was weiß ich für eine variante mache jedenfalls würde ich sagen wir sehen uns direkt im spiel so leute wir sind jetzt in der runde elo badwars 4x2 ist das und ein team ist geliebt okay nicht mehr da geht bitte auf die seite so der bat sich auch schon fleißig in dem mitte das hat man doch der kann sogar noch schiff okay das liegt gar nie das kann ich leider nicht aber naja egal jetzt ich habe echt einen guten team ich kann ja auch fast bridge aber nicht so schnell und no shift ist es auch nicht sehr schön okay auch kommen wie kann ich denn nicht schlagen so ja die das ist übrigens sandstein für die dies immer noch nicht wissen sind kommt da jemand da kommt okay mein teammate hat ihn das ist sehr schön so nochmals hochgehen und da kommt auch schon team grün ok gehen wir jetzt zu uns auch kommen wechseln ok da kommt ein teammate noch keine chance natürlich auch mal ein balance dass ich nicht mehr oh gott ok 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 da ja ok da hat ihn zum glück der springt herunter wieso auch immer das schreibt vielleicht hat die steuerung bringen gerade verrückt gespielt übrigens grüße ich meinen vater an dieser stelle der gesagt ich soll ihm mal um ist später moment kurz der rente einfach durch ok zum glück ist er angestorben ist mein teammate genau rot ist mein teammate das muss ich mir merken okay noch mal sich grüße meinen vater an dieser stelle er hat einfach gesagt er will man dass ich ihn gerüße in einem video von mir und mein teammate passiert nicht die komplette runde taktisch am besten vorzugehen wäre es wenn ich jetzt nein ach komm ich hätte das worte wieso bin ich gerne jetzt gestorben und ich würde sagen wir sehen uns einfach in der nächsten runde so leute wir sind jetzt in der nächsten runde auf der wunderschönen map woid und ich bin diesmal im wieder team wozu diesmal zusammen mit schneeschuhen ok schneeschuhe also direkt standard equipment holen das bett sollte ich vielleicht auch mal wow ok ist auch wieder so ein schnell bauern diesmal eben sind auch ist die runde voll geworden und der ist runtergefahren oder hatte keine glücke mehr weiß nicht aber ich habe noch 40 blöcke wenn ich jetzt das bett direkt oh und perfekt da habe ich jetzt direkt beide bekommen plus das bett das ist mein teammate oh gott ich dachte schon das wäre irgendein gegner aber ich habe beide das ist sehr schön und ich habe elo punkte bekommen wieder einmal und ja was ihr was euch etwas gefällt was ihr mehr davon sehen wollt könnt ihr gerne ein like da lassen würde ich freuen und aber falls es noch nicht gemacht habt ich gehe mit meinem teammate zum nächsten team die what oh mein gott oh nein oh gott ja 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 ich habe das bett wow jetzt geht okay die haben mich halt aber was soll es damit auch kein witz mehr deshalb kann ich auch achtung achtung wort wie wie zum top hekt er jetzt oder was okay wurde jetzt getötet da kann nur noch weg bekommen also nur zurück geflogen wenn ich ihn geschlagen habe als ich ihn geschlagen habe so gehen wir mal einfach zum nächsten team es wäre auch noch nicht wenn mein teammate auf mich warten würde weil ich weiß ich habe das team ok wird jetzt getötet wurde von schneeschuhen getötet ach moment wo ist der ist ja da unten da ist das ein gelber noch ok wo mein gott denn habe ich gar nicht gesehen ach mein teammate ist hier das bett sogar mit spinnnetzen ein ok übrigens falls es noch nicht lust hat spinnen wenn man das bett mit spinnnetzen aufbaut also die meisten nehmen ja eh nur löcke spitzhockey und ein knockback stick what hä 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 wie bin ich da gerade runter gefallen hä und dieser sound aha ach man dort hinten hat es ein bow spammer ich verstehe einfach nicht wieso jetzt dieses kind plötzlich da ist von warte ist doch noch der bei quadric skin es gehen dieses youtubers ich blende euch jetzt an dieser stellen nochmals mit meinem neuen schnippprogramm ein wie es vorhin ausgesehen hat jedenfalls das kind war anders ok schneeschuhe also direkt standard equipment holen ok das war jetzt der bow spammer von vorhin leider kann ich ok und dann ist runter gefahren runter gerannt meine ich also oder runter gesprungen ich weiß nicht wie man es nennen kann äh team gelb ist ausgeschieden nur noch zwei versus zwei dann 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 ok jetzt ist es wie ein stick duel ich könnte theoretisch kommen ich machs einfach wo der spunk nein was das ist das ist die fall hä das ist die falsche base ach so aha ok ich hab grad die falsche base erwischt leider muss ich noch was hoch da ist auch mein teammate ja recht schon der von mut es zu den gegner rüber rascht ja vielleicht ein bisschen hilfe ok er habe mich jetzt auch gesehen und dann ist er runter gesprungen das sind die aber der tauchen ok habe ich leider nicht überliebt der geht jetzt auch schon direkt zu denen darüber ist auch gut ich kann hier mal äh stats schneeschuhe ok platz 41.003 und meine ok 49 was 41 was ich bin ja sogar noch besser als der wort ok hätte ich jetzt nicht gedacht aber ok nein da war ein loch und ich blieb hängen und deshalb konnte ich nicht weiteren und ja er konnte mich deshalb runter schlagen was das jetzt war weiß ich auch nicht genau der ok mit der hand getötet das liebe ich sowieso wäre nicht wenn du mir jetzt das balance droppen würdest ok keine zeit mehr hat ihn sehr schön er hat ihn dann wollen wir mal dieses team auch endlich mal noch ausschalten ich ja ein bisschen angst dass der jetzt kommt da kommt sowieso da sogar mein auf oplett sauber outlet okay mein team hat ihn und ich bin einfach hinterher gesprungen und dann hat er hat er auch okay naja hat ihn doch noch nicht jetzt kommt er auch schon genau wieder mal ins unendliche stecken hier und er bleibt auf dem weg und ich oh mein gott wo ist mein teammate wo ist mein team auch da ist mein teammate okay und er hat den branche spornen nicht zugebaut sehr schön ja jetzt ist wieder dabei quadrick skin das bett das ist mein teammate oh gott ich dachte schon das wäre irgendein gegner ich check das gar nicht zu aber egal als sache ist wir gewinnen die runde und dann war es auch schon mit dem video in dem video jetzt gehe ich mal hier oben lang wieder nicht einfach okay kills zwei betten auch zwei irgendwie plötzlich keine ahnung wir haben verloren ich habe gar nicht gemerkt wurde also das bett aufgebaut hat jedenfalls würde ich sagen was das mit dem video wie gesagt fassen wir von elo bett was und zu sehen wollen lassen leider aber da würde mich freuen und kann auch gerne einen kommentar in die kommentare schreiben ich würde sagen wir sehen uns im nächsten video